Merkur in Fische ist eine sehr interessante, aber auch eines der berüchtigtsten astrologischen Positionen. Warum berüchtigt? Weil die Rede davon ist, dass Merkur in Fische fällt, erniedrigt ist, Schwierigkeiten hat, sich sehr gut auszudrücken. Und da ist auch was dran. In der klassischen Astrologie ist es so, dass ein Planet sich in einem Tierkreiszeichen sich immer ganz besonders wohl fühlt und sich am besten ausdrücken kann und immer es ein Tierkreiszeichen gibt, wo der Planet quasi gehemmt ist und sich nicht so wirklich ausdrücken kann oder Schwierigkeiten es gibt, sich dort auszudrücken. Im Merkur-Fall kann sich der Merkur am besten im Tierkreiszeichen der Jungfrau ausdrücken. Das war das letzte Video, was ich veröffentlicht habe und dort am besten Ausdruck bekommen. Und jetzt, wie in diesem Video ich dir erklären werde, im Tierkreiszeichen der Fische am schwierigsten sich ausdrücken kann. Kann ich aber nicht so stehen lassen, weil, wie du ja schon in meinen vorherigen Videos immer wieder gebetsmühlenartig von mir vorgegaukelt bekommst, bist du nicht nur dein Merkur, bist du nicht nur dieser eine Planet, nicht nur dein Sternzeichen, nicht nur dein Aszendent, bitte dich immer ganzheitlich abchecken. Dieses Video dreht erst einmal nur isoliert betrachtet davon, was es bedeutet, wenn dein Merkur sich in Fische befindet. Ja, tatsächlich im Fall und somit nicht so gut in der Ausdrucksweise, aber es gibt auch hier immer Pros and Cons, genauso wie in Merkur Jungfrau. Wenn dich das interessiert, check das Video gerne ab. Ja, zunächst einmal, lass uns klassisch beginnen, was es überhaupt mit deinem Merkur auf sich hat. Das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was es überhaupt dein Merkur ist, bevor wir jetzt hier in die Tiefe gehen, Merkur in Fische, was das bedeutet. Wenn du noch nicht im Bilde bist, was es mit deinem Merkur allgemein auf sich hat, dann bitte unbedingt mein Intro-Video hierzu abchecken. Das Video hier extra hier oben für dich verlinkt und dort mal ausführlich erklärt und beschrieben, was es genau mit dem Merkur auf sich hat. Mein Name ist Raijan Batlena, ich bin Astrologe und möchte dir in diesem, meinen YouTube-Kanal alles über die Astrologie beibringen und dich darauf sensibilisieren, wie mächtig die Astrologie ist und dass die Astrologie meiner Meinung nach eines der krassesten Werkzeuge ist, um dich zu ermächtigen, dahingehend dich selbst zu erkennen, um Astrologie zu verwenden, dafür zu verstehen, wo deine Schwächen, Verletzungen, verborgenen Talente, Fähigkeiten und Potenziale liegen, deine Traumata, wo man Blockaden lösen kann, wo man was zum Fließen bringen kann und vor allen Dingen die riesengroßen Frage beantworten kann, warum bist du hier auf dieser Welt, was ist deine große Seelenaufgabe und was gilt es hier zu meistern. Falls du aber nicht die Geduld hast, all das Wissen dir jetzt zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal dir selbst anzueignen und über Praxis, Versuch und Irrtum immer mehr Erfahrungen darüber zu bekommen, wie man Astrologie verwendet, kannst du natürlich auch eine Abkürzung gehen und direkt mich kontaktieren, damit ich dich astrologisch beraten kann. Denn aufgrund meiner zehn Jahre lang astrologischen Erfahrung biete ich nämlich sowohl eins zu eins als auch paar astrologische Beratungen an. Wenn dich das interessieren sollte, kannst du gerne hier runter in die Videobeschreibung gehen, mich dort kontaktieren und wir beide vereinbaren was. Neuerdings biete ich ein kostenloses, unverbindliches, 15-minütiges Kennenlern-Erstbarungsgespräch an und habe eigens hierfür ein Video verfasst. Das Video extra hier oben für dich verlinkt und dort mal ausführlich erklärt, wer ich überhaupt bin, wo ich herkomme, warum ich ein Experte bin und warum ich ganz besonders gut bin in dem, was ich hier tue, nämlich in der beratenden Astrologie und worin hier der ganz große Mehrwert für dich liegt. Wenn dich das interessiert, kontaktiere mich sehr gerne, weil eine astrologische, persönliche Beratung ist, was sehr Intimes, was ein Mindestmaß an Vertrauen erfordert, aber vor allen Dingen ein gutes Gefühl sowohl von deiner Seite, aber eben auch von meiner Seite aus erwartet wird. Deswegen ist auch dieses Kennenlern-Erstbarungsgespräch von mir angeboten, damit wir beide uns mal kurz abchecken können, uns kennenlernen und schauen, ob das hier passt oder nicht. Wenn dich das interessiert, kontaktiere mich und wir vereinbaren was. Mich würde es sehr interessieren, was du bis jetzt mit Merkur für Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht ist dein Merkur sogar ein Fische. Passt das, was ich in dem Video hier erkläre, mit dem überein, wo du deine Erfahrungen gemacht hast, ja, also die Praxis mit der Theorie. Bitte teile dein Wissen, deine Erfahrungen mit unserer Community und hinterlass uns gerne einen Kommentar. Wenn du dieses Video hier mögen solltest, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden willst, bist du herzlichst willkommen. Abonniere gerne meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du nicht vermittlerst, sobald ich hier wieder ein neues Video geladen habe. Alright, trotzdem ein kurzes Warm-up zum Merkur. Wofür steht der Merkur? Der Merkur steht für vor allen Dingen die Kommunikation, die Art und Weise, wie wir nicht nur mit anderen, sondern auch mit uns selbst kommunizieren, welche Gedanken wir pflegen, okay? Wie wir denken, die Art und Weise, wie wir Informationen aufnehmen, wie wir Dinge intellektualisieren, analysieren, strukturieren, ordnen, okay? Der Merkur ist ein sehr nüchterner, sachlicher Planet und möchte sehr stark deinem Willen dienen und somit deinem Ego und ist quasi Sprechrohr deines Egos und hat sehr viel damit zu tun, was wir wollen, ja? Und möchten das eben auch an unserer Umwelt kommunizieren, ja? So etwas zu verstehen. Also Merkur, Kommunikation, die Art und Weise, wie wir Informationen verarbeiten, also wie wir lernen, wie wir ein neues Thema lernen, wie wir aber auch Dinge analysieren, die Art und Weise, wie wir Dinge strukturieren, analysieren, zuordnen und alles, was damit zu tun hat, um etwas realistisch, logisch zuordnen zu können, zu verstehen, um eben zu überleben. Ganz wichtig. Und wenn sich jetzt der Merkur im Tierkreiszeichen der Fische befindet, ist das eine speziellere Position, ja? Allgemeingültig sagt man, dass Merkur und Fische fällt und das die schlechteste Position für den Merkur ist und Merkur in Jungfrau am besten positioniert ist, also am gehobensten ist und sich am besten ausdrücken kann. Ich bin aber der Meinung, dass ich das jetzt ungern so stehen lassen möchte. Warum? Weil, ja, da ist was dran, das stimmt, aber wir müssen natürlich immer das Gesamthoroskop abchecken. Bitte das immer im Hinterkopf behalten. Aber so grundsätzlich ist da schon ein bisschen was dran, ja? Aber wie gesagt, es sind immer Cons und Pros, okay? Fangen wir mal erst klassisch an, was überhaupt das Tierkreiszeichen Fische bedeutet. Für was steht Fische überhaupt, okay? Ich habe dir gerade Merkur erklärt und jetzt befindet sich Merkur im Tierkreiszeichen der Fische. Merkur, der Planet der Logik, des Verstandes, im Tierkreiszeichen der Fische. Fische steht für Spiritualität, für Mitgefühl, für Empathie, für die Fantasie, für die Inspiration, ja? Für die Künstlerwelt, für Magie, für die feinstoffliche Welt, für auch die verborgenen großen Feinde, auch symbolisch dafür. Das Fische-Prinzip ist quasi das, also das Tierkreiszeichen der Fische ist das letzte aller Tierkreiszeichen und da verschmilzt alles, ja? Also das Tierkreiszeichen der Fische hat sehr viel mit All-Einheit zu tun. Mit der Verbindung zur Schöpferkraft, ja? Und der Herrscherplanet der Fische ist zum Beispiel, also es sind zwei, Neptun und Jupiter. Neptun sorgt sehr viel für dieses Diffuse, für das Nichtgreifbare. Alles wird so, es ist so ein Nebelplanet, kann man sich vorstellen, ja? Es vernebelt alles und ist dafür verantwortlich, dass irgendwie die Dinge nicht so betrachtet werden, wie sie wirklich eigentlich sind, ja? Oder stellt Realität in Frage. Was ist Realität? Hat sehr viel mit der Traumwelt zu tun, ne? Und Jupiter hat mit Expansion zu tun und mit Glaube, Weisheit und mit den hohen Fragen des Lebens zu tun. Und das gepaart, also Jupiter und Neptun gepaart, hat eben sehr viel mit der Göttlichkeit, mit der Schöpfung zu tun, die Verbindung dazu aufzunehmen. Aber das auf einer sehr irrationalen Ebene, das können wir nicht greifen. Fische-Prinzip hat viel mit Seele zu tun, mit der Thematik der Seele, des Geistes, mit der Thematik, mit den Themen, die wir logisch nicht greifen können, ja? Die Seele zum Beispiel, schwierig. Die Seele wissenschaftlich greifen, geschweige denn erklären und erläutern zu können, ne? Schwierig. Aber die Fische geprägten Menschen verstehen das auf Intuition. Fische hat auch viel mit der Intuition zu tun, okay? So, warum ist es jetzt so, dass der Merkur sich im Tierkreiszeichen der Fische erniedrigt fühlt und die Schwierigkeiten hat, sich auszudrücken? Das hat einfach damit zu tun, dass einfach der Merkur ein sehr sachlicher Planet ist, logisch, der logisch Dinge verarbeiten möchte und Dinge strukturieren will und einfach in der materiellen Welt realistische Maßstäbe anlegt, um erfolgreich durchs Leben zu schreiten. Und im Tierkreiszeichen der Fische ist es schwierig, weil die Art und Weise der Kommunikation, wie du kommunizierst, wenn dein Merkur in Fische ist, ist sehr künstlerisch, sehr emotional. Und es kann oft sein, dass du missverstanden wirst und dass du dich selbst auch quasi nicht verstehst. Das kann das auch tatsächlich implizieren. Es kann sein, dass du, ich bin der Meinung, dass das eine Position ist, wo du sehr ausgeprägte, künstlerische Fähigkeiten hast. Meiner Meinung nach sogar wahrscheinlich ist, dass du geniale Züge hast im künstlerischen Ausdruck, wie du etwas künstlerisch zum Ausdruck bringst, wie du deine Intuition dafür verwendest, um wirklich ein Kunstwerk zu kreieren. Sehr künstlerisch, sehr musisch und hast quasi auch so einen sechsten Sinn. Und man sagt von dieser Position auch, und das kann ich auch bestätigen, dass das Menschen sind, die zum Beispiel so psychisch sind oder telepathische Fähigkeiten haben oder Potenziale, ein Medium zu sein, in sich tragen. Das heißt Medium, das heißt mit anderen Welten, zum Beispiel der Astralwelt, mit der Göttlichkeit, direkten, unmittelbar Kontakt aufzunehmen oder mit seinem höheren Selbst, was ja quasi mit der Schöpfung direkt verbunden ist und da Informationen down zu loaden, okay, und diese Informationen in die Materie zu bringen. Das Potenzial zumindest ist gegeben. Allerdings muss man hier aufpassen, dass wenn man diese Fähigkeiten hat, ganz klar zu differenzieren, mit welchen Wesenheiten man hier kommuniziert, weil die Gefahr hier groß ist, dass man hier hinter das Licht geführt wird und eine Wesenheit dir was vorspielt, etwas zu sein, was sie aber gar nicht ist. Zum Beispiel so eine Art Wolf im Schafspelz und auf dieser spirituellen Astral-Ebene ein Dämon im Engelspelz, kann man sagen. Tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes meine ich das genauso, wie ich es sage. Okay. Heißt, du hast sehr stark künstlerische Fähigkeiten. Das Problem allerdings hier ist, auch wenn du überdurchschnittliche Potenziale hast, künstlerisch Meisterwerke zu kreieren, haben wir eine Schwierigkeit, diese künstlerischen Meisterwerke, die du kreiert hast, logisch, systematisch so zu strukturieren und zu organisieren, dass das hier ein Erfolg wird, dass du wirklich eine Zielgruppe, eine Masse erreichst, um auch deinen Alltag zu beschreiten, um das eben auch zu monetarisieren. Auch wenn du ein super Künstler bist und du sehr viele Fähigkeiten hast, natürlich müssen aber trotzdem Rechnungen bezahlt werden. Man braucht vielleicht Angestellte, man muss mit Verlegern reden oder mit anderen Agenten, die eine neue Aufträge bringen oder die vielleicht auch sogar die Kunstwerke verkaufen müssen. Und das ist dann sehr trocken. Das hat dann nichts mit Kunst zu tun. Das ist dann einfach nur pures Business und Geschäft. Und da ist der Neptun auch sehr gut drin. Der Neptun möchte damit umgehen, realistisch. Aber, Entschuldigung, habe ich Neptun gesagt? Merkur. Merkur liebt genau das. Und Merkur jetzt in Fische hat Schwierigkeiten, sich dieser Welt zu widmen, hat Schwierigkeiten, diese Meisterwerke logisch zu implementieren. Bedeutet, dass man da eine Struktur reinbringt. In etwa so zu verstehen, es ist ganz, ganz selten, dass ein Künstler, sagen wir jetzt mal, ein Superstar-Künstler, ob es im Gesang ist, im Malerischen, also ob jemand Malkünstler ist, Schauspieler, Sänger, egal, so ist es ja aus. Meistens war es so, dass jeder von, sogar Sportler, sogar Profisportler, jeder von denen hat sich komplett auf seine Kunst konzentriert, also ob es Singen war, ob es Malen war, ob es darstellende Künste, im Schauspiel war oder im Sport, sogar im Sport. Sport kann man ja auch kreativ sein. Und da haben diese Menschen alle sehr selten, aber meistens fast ausnahmslos immer einen Agenten gehabt, einen Manager, weil sie Schwierigkeiten hatten, die Welt der Geschäfte zu verstehen, ihre Fähigkeiten dort zu monetarisieren, gleichzeitig künstlerisch tätig zu sein und aber auch gleichzeitig parallel das Kunstwerk, was man kreiert, in den unterschiedlichsten künstlerischen Bereichen zu managen, zu managen, zu supporten, einzubringen, eine Struktur da reinzubringen und da braucht man meistens einen Manager, einen Agenten, jemanden, der eben die Organisationsstrukturierung also die organisatorischen Arbeiten macht, alles strukturiert, alles so ordnet und strukturiert, dass das Sinn macht und dass am Ende ein Outcome kommt, sodass man das Kunstwerk oder die künstlerisch sehr stark ausgeprägten Fähigkeiten von Menschen mit Merkur in Fische monetarisieren kann, weil du, wenn dein Merkur in Fische ist, Schwierigkeiten hast, eben da eine Struktur reinzubringen und auch ich der Meinung bin, dass es Schwierigkeiten gibt, bei dir zu unterscheiden zwischen Realität und Fantasie. Da kann dein Verstand dir regelmäßiger ein Streich spielen. Es kann tatsächlich sein, dass du hier Eingebungen bekommst, dass du mediale Fähigkeiten hast, das will ich gar nicht abstreiten, es kann tatsächlich sein, aber es kann sein, dass die Signale Signale manchmal so diffus sind, dass man sie falsch zuordnet, weil man Schwierigkeiten hat, wirklich was beim Namen zu nennen, was hat jetzt mit mir kommuniziert, welche Wesenheit, was war das jetzt genau. Schwierig in dieser Welt konkret das zu strukturieren, zu analysieren, aber es gibt gute Aspekte von anderen Planeten, die eine Struktur da reinbringen, wie vor einem Saturn zum Beispiel, wenn es sehr wohlwollende Aspekte zu deinem Merkur von einem Saturn gibt, dann sieht das zum Beispiel wieder anders aus, oder es gibt andere astrologische Aspekte, die einfach helfen, dass dein Merkur und Fische sehr supported wird. Bei Merkur und Fische wird meistens das Beispiel genannt von Albert Einstein, der diese Position hatte und man sagt, ja, siehst du, Einstein hat es ja geschafft, quasi, im Leben und wenn es einen Menschen gibt, der analytisch, clever, intelligent Dinge strukturiert hat, dann ist es noch ein Einstein. Da ist was dran, das stimmt. Und tatsächlich hat er auch Eingebungen gehabt, ja, also man hat ihn interviewt und diese Interviews wurden überliefert, also man hat das dokumentiert, es gab Überlieferungen und die haben gesagt, dass ein Albert Einstein zum Beispiel, was zu seinem, zu dem Durchbruch der Relativitätstheorie geführt hat, hat er gesagt, was ihm, was er benötigt hatte, um diese Relativitätstheorie niederzuschreiben, war, die Vorstellung, auf einen Lichtstrahl zu reiten, weil die Komponente der Lichtgeschwindigkeit hier sehr wichtig gewesen ist. Und er musste sich das vorstellen, aber unabhängig auch davon, hat er regelmäßig davon geredet, dass er sich Dinge vorstellen musste, ja, und dass er Eingebungen hatte. Ganz interessant, ne? Heißt aber meiner Meinung nach nicht, dass das jetzt bedeutet, dass das jetzt eine super Position ist, ja? Das bedeutet, dass man Eingebungen bekommt, klar, aber wenn man Einstein-Zoroskop anschaut, hat er ganz viele andere, sehr unterstützende, wohlwollende Aspekte zu seinem Merkur, welche all diese diffusen Eigenschaften, die mit der feinstofflichen, magischen Traumwelt zu tun hat, strukturieren. Ja, und das hat er auch getan. Aber, was auch der Fall ist, ist, dass meiner Meinung nach, wenn man tiefer recherchiert, deutet alles darauf hin, dass eigentlich nicht er das Genie, sondern die Frau das Genie war, seine Frau dahinter stand und ihm alle Informationen gesteckt hat, die er dann an die Öffentlichkeit gebracht hat, weil zur damaligen Zeit eine Frau nicht so wirklich ernst genommen ist. Und deswegen hat die Frau quasi, sagt man, ihn benutzt, um all dieses geniale Wissen an die Gesellschaft zu bringen. Aber das ist ein anderes Thema. Wichtig ist aber hier in dem Kontext, zum Beispiel, ein Einstein war dafür bekannt, ich glaube, er hat 12 bis 14 Stunden täglich geschlafen, ja? Weiß man von ihm. Und das hat tatsächlich auch mit Merkur in Fische zu tun, ja? Gut, Einstein war auch Sternzeichen Fische und das kann auch passieren, dass du mit Merkur und Fische auch Sternzeichen Fische bist oder halt eben Widder oder eben auch Wassermann. Ist auch möglich, ne? Aber grundsätzlich kann das bedeuten, dass du sehr viel oder eine sehr krasse Traumwelt hast und du zum Beispiel auch, ne? Sehr lange schläfst, eine sehr lebendige Traumwelt hast. Die Traumwelt ist so real, so lebendig, dass du glaubst, dass das real ist oder dass du eine Frage stellst, was ist überhaupt real? Und das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Ist unser Leben realer als das, was wir träumen und in den Träumen wir Gerüche, Geschmäcker und alle fünf Sinne aktivieren und wahrnehmen können? Was ist jetzt real? Was ist real? Was ist Fantasie? Das ist jetzt, die Frage kann ich hier nicht beantworten, aber es ist eine berechtigte Frage. Genau mit diesen Dingen setzt du dich auseinander mit diesen Fragestellungen. Grundsätzlich kann man sagen, bist du aber auch jemand, also erstmal hast du diesen Bezug zu dieser feinstofflichen Traumwelt, zu diesen diffusen Energien, eben aber auch die Gefahr, dass du mit Wesenheiten kommunizierst, die dir was vorgaukeln zu sein, was sie gar nicht sind und dich hinter das Licht führen. Da ist eine Gefahr, tatsächlich. Ja, aber wie gesagt, immer ganzheitlich abchecken, wir haben wohlwollende Aspekte oder Aspekte, die das noch verschlimmern. Ganz wichtig, okay? Wichtig ist aber hier, deswegen ist jetzt Astrologie auch so unglaublich mächtig, dass das Wissen jetzt darüber, wenn das deine Position ist, dir unglaublich hilft, dahingehend das zu verstehen, dass du deine Rationalität hinterfragst, beleuchtest und vielleicht jemanden zurate ziehst, der da vielleicht eine andere Komponente, eine ergänzende Komponente, die da wäre, eine ergänzende Jungfraukomponente, dieser Mensch muss nicht Sternzeichen Jungfrau sein, aber ein Jungfrau geprägter Mensch würde hier helfen oder ein Steinbock geprägter Mensch oder ein Stier geprägter Mensch, ein geprägter Mensch, der sehr erdbetont ist oder aber auch luftbetont ist, weil Luft hat sehr viel mit Rationalität, Intellekt und Analysefähigkeiten zu tun. Das sind so Menschen, die dich vielleicht hier und da beratschlagen können, aber wichtig ist, dass du denen auch vertraust, dass sie dir wohlgesonnen sind. Deswegen ist das so wichtig oder du verstehst das und arbeitest daran und schaffst aufgrund des von dir jetzt angeeigneten astrologischen Wissens auf die Position Merkur in Fische gewisse Eigenschaften zu entwickeln, die dir helfen in der Kommunikation, weil du hast eben auch hier Pros. Deine Pros sind wie gesagt sehr künstlerischer Natur oder aber auch sehr empathischer Natur. Meiner Meinung nach ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du intuitiv einfach Dinge erahnst, erspürst und du auch oft recht hast und wenn man dich aber fragt, sag mal, wie bist du denn jetzt darauf gekommen? Wusstest du das, dass das jetzt passieren wird? Du Schwierigkeiten hast, das analytisch, logisch, rational zu erklären, woher du das wusstest, weil du es selber irgendwie nicht wusstest. Du hast da was gefühlt. Bedeutet, du hast hier eine sehr stark ausgeprägte Intuition, die aber, wie gesagt, auch gefährlich sein kann, weil sie dich hinters Licht führen kann. Wir haben hier eine Menge Grautöne, ja, also es kann dann auch stimmen, aber dann kann es auch mal nicht stimmen. Deswegen ist es für dich ganz wichtig, dass du die Welt der Feinstofflichkeit meistern lernst, ja, und da wäre zum Beispiel Meditation, ja, dass du dich lernst zu disziplinieren über Meditation, dass du für dich lernst, auseinanderzuhalten, was ist was, was ist Realität, was ist Traum, was ist relevant im Traum, in der Realität und umgedreht. Ganz wichtig, dieses Thema, gerade für dich mit Merkur in Fischel, ja, im Großen und Ganzen hast du aber das große Bedürfnis, hier aber auch zu dienen, sehr empathisch zu sein. Du bist meistens auch sehr mitfühlend, auch auf kommunikativer Ebene. Es ist nur schwierig, deine Emotionen und deine Instinkte, deine intuitiven Zustände zu kommunizieren, dass man dich des Öfteren missversteht, aber du dich selbst leider auch öfters missverstehst. Und da ist es wichtig, dass du für dich eine Souveränität entwickelst und vor allen Dingen erst einmal ein Bewusstsein dafür generierst, was ich dir ja in diesem Video versuche zu übermitteln und dir klarzumachen, dass du das verstehst, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass du genau das verstehst, weil das ermächtigt ist, dass du dich selber erkennst, dass du verstehst, aha, das ist so mein Lerntyp, so bin ich halt, wenn ich Dinge analysiere, strukturiere, ordne und für mich lernen will, da gibt es vielleicht Probleme und jetzt kann ich das ein oder andere tun, um dem entgegenzuwirken. Und das ein oder andere auch tun, um das andere zu supporten, nämlich diese feinstoffliche Welt, dass man da irgendwie Informationen abzieht und in die materielle Welt bringt. Das ist so ein bisschen die Herausforderung oder beziehungsweise das ist das, wo die Astrologie dir wirklich was sehr, sehr Mächtiges anreicht an Wissen bezüglich der Art und Weise, wie du Informationen verarbeitest und wie du kommunizierst. Gerade hier mit Merkur in Fische ist das, finde ich, ein sehr, sehr wertvolles Wissen für dich, wenn dein Merkur in Fische sich befindet. Dass du all das sehr ernstens, was ich dir gerade sage, per se, definitiv, kann ich nicht sagen, dass das eine schlechte Position ist. Wir müssen immer alles abchecken, bitte, ja. Aber auch, wenn wir das nur isoliert betrachten, okay, ja, stimmt, es gibt hier Herausforderungen in der Art und Weise, wie man kommuniziert. Man kann oft missverstanden werden, aber trotzdem bist du ein sehr sensibler, mitfühlender, kommunikativer Mensch, der auch tatsächlich andere fühlt, also wie andere kommunizieren, nonverbal kommunizieren, ja, was man jetzt logisch, analytisch nicht direkt greifen kann, aber du hast so feine Antennen, dass du die nonverbale Kommunikation von anderen Menschen relativ schnell verstehst und diese dich dazu bringen, dass du verstehst, ah, da ist jemand zum Beispiel sehr traurig, obwohl er eigentlich lacht und sehr kommunikativ ist, aber irgendwie hat er da eine subtile, unterschwellige Körpersprache, die dir suggeriert, auf sehr intuitiver, instinktiver Ebene, dass dieser Mensch einfach nicht glücklich gerade ist, ja, und Schwierigkeiten momentan hat. Das sind so Dinge, die du wahrnimmst. Wichtig ist einfach nur, dass du hier ein Selbstbewusstsein generierst, quasi die Astrologie, jetzt das Wissen hier, was ich dir jetzt übermittle, verwendest, um ein Selbstbewusstsein zu generieren, was deine eigene Person angeht, um hier Klarheit zu verschaffen, weil genau mit Merkur in Fische haben wir das große Problem der Klarheit, ja, dass du einfach Informationen benötigst, die dir Klarheit verschaffen in der Welt der Kommunikation, in deiner Welt der Kommunikation. All right, das war's fürs Erste mit Merkur in Fische. Ich hoffe, dass ich dieses Video hier weiterbringen konnte. Mich würde sehr interessieren, was du bis jetzt mit Merkur in Fische für Erfahrung gesammelt hast. Passt die Praxis mit der Theorie überein? Bitte teile dein Wissen und deine Erfahrungen mit unserer Community und hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du einen Teil unserer astrologischen Community abonnieren willst, bist du herzlichst willkommen. Abonniere gerne meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert bist, sobald ich hier wieder ein neues Video geladen habe. Ich finde, das hier war's. Dein Rayan. Bis zum nächsten Mal.